Wenn ihr sehen wollt, wie lange Tubeless dicht hält, ob Tubeless einem Bohrer standhält, also richtig massiv mal den Reifen reinzubohren, und wie viel Pflege ihr in Tubeless investieren müsst, dass es auch wirklich nachhaltig funktioniert, das und mehr erfahrt ihr im heutigen Video bei einem kleinen Experiment hier an einem alten Reifen. Bleibt dran! Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video auf YouTube. Ja, kennt ihr den Moment, wenn ihr eigentlich ein Video machen wolltet, wo ihr euch relativ sicher wart, oder was machen wolltet, wo ihr euch relativ sicher wart, das funktioniert auch. In meinem Fall heute nicht so ganz. Ich wollte mal testen, Thema Tubeless, was kann Tubeless, wie dichtet Tubeless ab, wie zuverlässig, und kommt Tubeless gegen einen Bohrer mit ein paar Millimeter an, und wie gut kann es damit einfach auch umgehen. Tja, und dann hatte ich hier mal mein Rad, oder habe mein Rad neben, ihr seht schon, dass einige Stellen gerade weiß sind, also es hat auf jeden Fall gearbeitet, aber gleich dazu mehr. Mein Rad hier hat eine Laufleistung aktuell drauf, so von 3.000, 4.000 Kilometer, also es ist eigentlich jetzt fast durch und wird auch gewechselt. Die Felge wird auch gewechselt. Deswegen konnte ich mal den Spaß heute mal machen und wirklich mit dem Bohrer in meinen Reifen reinbohren, aber wirklich nachschauen, wie gut Dichtmilch abdichtet. Und ich kann sagen, wenn man das System sauber pflegt, klappt es hervorragend, aber muss es pflegen. Und bei mir war es so, der Reifen hat eine Laufleistung drauf, vorhin gesagt 3.000, 4.000 Kilometer, und wurde von mir mit Dichtmilch immer wieder so alle, boah, ein Vierteljahr, zwei Monate, nur nachgefüllt, aber nicht ersetzt. So, das war mein Problem. Und dann hatte ich mal einfach jetzt mein erstes Loch in den Reifen gebohrt hier im Video. Ich zeige es euch einfach gerade mal und habe dann mal geschapasiert. Ich hatte ein Problem, weil die Dichtmilch war so verwässert, dass das Trägerflüssigkeit noch genügend übrig war, aber zu wenig Gummienteil in Dichtmilch verfügbar war. Das heißt, es hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Heißt für euch, wenn ihr Tupless fahrt, dann wartet so ein System vernünftig und wechselt diese Milch, also wirklich die alte raus und neue rein. So alle. Ich würde mal sagen, zwei bis drei Monate, je nach Fahrleistung, macht das schon irgendwie Sinn. Bei mir war es nämlich jetzt genau sowas. Das nehme ich gar nicht mehr ab und dann macht es auch keinen Sinn mehr, Tupless zu fahren. Die Sauerei, die da standen ist. Wenn ihr sehen wollt, was ich da so ein bisschen an Gedanken für ein Video auf mich nehme, der Boden vor mir, der gleich eine Reinigung braucht, sieht echt richtig klasse aus. Soweit der Anteil des Fails in diesem kompletten Thema Tupless. Aber natürlich, Tupless fahre ich jetzt seit Jahren und ich hatte auch keine Pannen mehr. Also es muss ja irgendwie funktionieren. Und dann dachte ich mal, okay, Dichtmilch raus, komplett sauber machen, frisch aufpumpen den Reifen, also vorher frisch Dichtmilch nachfüllen. Frisch aufpumpen auf ca. 2 bar. Also wir einfach wieder eine Basis haben, die man auch eigentlich hat und nicht so eine Radgurke wie jetzt ich dran hatte, wo die Dichtmilch schon immer wieder was nachgefüllt wurde. Und dann schauen wir mal, da hatte ich meinen Bohrer, hier 4 mm Bohrer und habe mal einfach in meinen Reifen reingebohrt und habe einfach mal geschaut, wie schnell Tupless einfach dann funktioniert. Und da muss man sagen, dann ist Hammer. Also mal reingebohrt in den Reifen, die Milch geht verloren. Ich fahre ja dann im Regelfall auch, wenn ich mir was einfahre oder irgendeinen Platten mir für irgendwas reinbekomme. Und nach wenigen Sekunden hat die Dichtmilch ihre Aufgabe gemacht und hat einfach diesen Reifen einfach auch abgedichtet. Und da muss ich sagen, 4 mm Bohrer, also richtig massiv Verletzung, mal wirklich reingebohrt, ein rundes Loch und das schafft die Dichtmilch auch abzudichten. Finde ich Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen fahre ich es einfach auch verdammt gern, weil es halt einfach funktioniert, um kleine Pannen zu vermeiden. Und ich muss auch sagen, seit ich Tupless fahre, hatte ich keine Pannen mehr. Logisch, klar, die Milch arbeitet. Also die kleine Quintessenz dieses Kompletten, wie es was einfach nur so eine Folge sein sollte, um mal abzuchecken, wie gut klappt Tupless. Für mich Punkt 1, ich darf hier meinen Boden putzen, aber das ist ein kleineres Opfer dafür. Punkt 2, es funktioniert, wenn man es sauber pflegt. Das war für mich jetzt einfach so ein Grund zu sagen, okay, pass ein ganz klein bisschen mehr auf dieses System auf und pfleg es einfach besser. Dann hast du auch länger Spaß an diesem Thema. Ganz klar. Und Punkt Nummer 3, es funktioniert. Also wenn ich ein System gepflegt habe und ich fahre mir irgendwas ein, dann macht die Dichtmilch, jetzt egal, welche ist einfach die von Schwalbe, die ich meistens nehme, aber sei es drum, die macht ihren Job, spricht die kleine Verletzungen sofort ab und ich kann fahren und ich merke es oftmals gar nicht, dass ich mir gerade irgendwas eingefahren habe. Hammer. Also wirklich richtig, richtig cool. Für mich war auch nur wichtig, dass ich einfach sagen kann, es ist kein neuer Reifen, der würde eh morgen weggeschmissen werden, deswegen habe ich es auch gemacht. Und die Felge ist auch keine neue Felge, die ich jetzt morgen noch bräuchte, die fliegt eh vom Rad runter und als Wanddeko verwendet. Da wäre eine Verletzung in der Felge auch egal gewesen. Also Nachhaltigkeit macht es nicht gerade unbedingt nach mit neuen Reifen, weil es kann auch schief gehen. Deswegen, es war für mich jetzt einfach egal, es war eh ein alter Reifen und dementsprechend war es auch ein kleines Experiment in der normalen, realen Welt, so wie halt sowas funktioniert. Spannend, oder? Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst einfach mal ein Abo da, lasst ein Like da und kleine Experimente um die Bike-Welt herum. Von hier auf dem Kanal mal ein völlig neues Format, was ich aber einfach spannend fand, um euch mit reinzunehmen in so einen Gedanke, weil ich habe schon mal gesehen auf YouTube, dass es gemacht wurde, dieses Experiment, aber immer wieder mit neuen Reifen. Und dann ist eigentlich ja klar, ich habe einen top gepflegten Reifen, ich habe eine super gute, dichte Felge und ich habe neue Dichtmilch im Rad, im Reifen drin, also kann es nur funktionieren. Hier wirklich gebrauchter Reifen kurz vor dem runterziehen, also morgen fliegt er eh runter. Und deswegen finde ich es echt spannend, euch mal wieder so eine Reise mit reinzunehmen, wo man nur mal guckt, wie so ein System auch noch nach einer gewissen Reifen funktioniert und das überhaupt funktionieren. Dafür muss ich sagen, werde ich die nächsten Jahre wieder ein Tubeless fahren. Die Pannensicherheit ist einfach nur cool und man sieht es auch, wenn man den Reifen mal innen wechselt, dass innen immer so kleine Verletzungen drin sind, sieht man sich kleine Macken drin, da die Dichtmilchner ihre Aufgabe dort bestmöglich auch erledigt hat. Also, coole Idee, coole Videoidee. Ich gehe jetzt putzen erst einmal hier und wie gesagt, lasst ein Abo, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch riesig. Mach's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.